Rose Fröhlich, echter Patientenfall, heute Fragestellung, was sind eiweißreiche Speisen? Ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Ich hatte heute einen Patientenfall, da ging es darum, was eiweißreiche Speisen sein können, also welche Beispiele es gibt für eiweißreiche Lebensmittel als auch Speisen. Also wichtig dafür ist zu wissen, dass man bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel eiweißreich sind ja Milch, Milchprodukte, Quark, Joghurt, Frischkäse, gekochtes Ei, also Ei und Spiegelei zum Beispiel, dann haben wir die Fischfleisch, Geflügel und Ei, also die tierischen Produkte, wo wir überall immer eine besondere Eiweißquelle drin haben. Geflügelfleisch gehört natürlich damit auch rein. Wildfleisch natürlich. Wenn man aber in die Beilagen guckt, also sowas wie Kartoffeln zum Beispiel, haben wir besonders gutes pflanzliches Eiweiß. Wenn wir Hülsenfrüchte haben mit den roten Bohnen, Kidneybohnen, mit dicken Bohnen, dann haben wir auch die Eiweißlast drin, das heißt das pflanzliche Eiweiß. Und jetzt kann man sich zunutze machen, dass man die Sachen kombiniert. Man nennt das eine biologische Wertigkeit von Eiweiß, was aus verschiedenen Sachen, wenn ich die zusammen als Speise mache, kombinieren kann. Und dadurch der gesunde, besonders hochwertige Eiweißanteil dann auch sehr gut aufgenommen wird. Also nehmen wir mal zum Beispiel Kartoffeln mit einem Spiegelei und ihr würdet Kidneybohnen dazu essen. Oder wir machen eine Suppe aus reinen Hülsenfrüchten mit Kartoffeln ein bisschen dazu. Oder wir nehmen ein Spiegelei mit Gemüse und Salzkartoffeln zum Beispiel dazu. Jetzt muss ich eben ein bisschen gucken. Man kann zum Beispiel auch ein Rührei machen und dann buntes Gemüse da rein. Da können natürlich auch Hülsenfrüchte jede andere Art an, nach Gemüse dazu. Und dann kann ich zum Beispiel auch hier wieder eine Kartoffel dazu nehmen, eine Backkartoffel zum Beispiel, auch mit Kräuterquark würde ja auch passen. Pellkartoffeln mit einem gekochten Ei. Spiegelei wäre ja zum Beispiel mit Bratkartoffeln zusammen. Man kann natürlich auch einen Kartoffelauflauf mit Gemüse machen. Man kann die Hülsenfrüchte nutzen und zum Beispiel auf einen Salat machen, ein Ei gekocht, klein schneiden und dann obendrauf. Also da habt ihr sozusagen immer diese Kartoffel-Ei-Struktur. Das Ganze geht auch mit Kartoffel und Fleisch, weil das tierische Eiweiß und das Kartoffel-Eiweiß sozusagen ja auch den Eiweißanteil dann anheben. Also Rindfleisch, Geflügelfleisch, Putenfleisch, Hähnchenfleisch, also Geflügelfleisch an sich und dann zum Beispiel Kartoffel dazu. Und wenn ich dann jetzt noch die Hülsenfrüchte in der Ergänzung habe, habe ich sozusagen sehr hochwertiges Eiweiß an der Stelle. Milchprodukte wäre zum Beispiel, um nochmal bei der Kartoffel zu bleiben, ein Kartoffelpüree zum Beispiel. Ich kann ein Ei auch im Kartoffelpüree unterrühren, ich kann Gemüse dazu machen, ich kann Salzkartoffeln mit einem Kräuterquark essen, eine Backkartoffel mit einem Kräuterquark. Das sind also alles Eiweißquellen, die wir Kartoffeln und Gemüse und dann eben geht als Alternative vom Fleisch natürlich auch die ganze Fischfraktion, weil wir dort auch das gesunde Eiweiß mit drin haben, vor allem beim Fisch auch noch die gesunden Fette, die wir ja für den Körper brauchen. Man kann Haferflocken, also Getreideflocken zum Beispiel mit Milch, mit Joghurt, mit Naturquark mixen. Das heißt, ich habe die Eiweißquellen mit zum Beispiel Getreideflocken, Haferflocken, Leinsamen, Chiasamen. Für Chiasamen übrigens gibt es die Menge an 10 Gramm pro Tag, da ist mittlerweile eine Limitierung drin. Sojaprodukte kann man nutzen, zum Beispiel mit Reis kombiniert. Es gibt die Möglichkeit auch hier Ei, Kartoffel zum Beispiel in der Kombination. Es gibt die Möglichkeit, Omelette mit Gemüse zum Beispiel zu machen, ein Rührei zum Beispiel mit Gemüse, ein Rührei. Mit Getreide wäre ja ein Rührei auf zum Beispiel Meerkorn-Vollkornbrot kombiniert. Es gibt die Möglichkeit, die Hülsenfrüchte hatte ich ja schon. Ich muss mal eben einmal gucken hier an meine Liste. Es gibt ja auch viele Kombinationen, beim Fisch wäre der Thunfisch zum Beispiel auch im Salat oder wenn ich Thunfisch und Mais und Hülsenfrüchte kombiniere. Wenn ich den Auflauf mache, dann habe ich ja immer das Ei, das Gemüse und zum Beispiel die Kartoffel. Dann gibt es die Möglichkeit, Getreidebratlinge zu machen. Natürlich geht Hackfleisch in der Kombination Haferbrei, Getreidebrei, was ja manchmal zum Frühstück verwendet wird. Dann kann man natürlich mal, vielleicht auch eine leckere Variante, Thema Vollkorn, Teig und dann zum Beispiel Tomate, Kidneybohnen drauf. Und das zum Beispiel als Pizzateig machen und belegen mit den Kidneybohnen und den Tomaten. Und als Nachtisch zum Beispiel eine Eiweißquelle noch zusätzlich wegen Quark mit Früchten. Was auch immer gut in der Kombination ist, ist Hülsenfrüchte und Maiskombination und zum Beispiel das Ei dazu. Also wenn ich jetzt auf dem Teller Bohnen habe, Linsen habe zum Beispiel und dann noch den Mais dazu, dann kann ich ja noch eine Beilage wählen wie die Kartoffel oder zum Beispiel Reis und natürlich gehen auch Nudeln. Die Kartoffel hat halt diese besondere Hochwertigkeit, deswegen kommt sie ja einfach häufiger vor. So, Linsensuppe, Erbsensuppe, rote Bohnen zum Beispiel kann man ja alles essen. Das heißt, ihr habt viele verschiedene Varianten, die man da kombinieren kann. Lachs, also jetzt Räucherware, Räucherfischware würde natürlich auch gehen. Vollkornnudeln mag ja nicht jeder, da muss man immer so ein bisschen gucken. Man kann auch mal ein paar Vollkornnudeln einfach mit anderen Nudeln kombinieren. Der Hintergrund ist einfach der höhere Getreideanteil an der Stelle. Brötchen mit Kräuterquark zum Beispiel wäre auch eine Option, etwas was eiweißreicher ist. Da kommt es aber immer darauf an, was ich sozusagen und wie viel ich esse. Frischkäse, man kann Hüttenkäse machen und Gemüse zum Beispiel obendrauf. Ich kann den Hüttenkäse, diesen körnigen Frischkäse nutzen und zum Beispiel mit Obst machen. Ich kann Quack mit Obst machen, ich kann auch Frischkäse mit Obst machen. Es geht ja mittlerweile auch Frischkäse-Zubereitungen draußen zu kaufen, in so Joghurt, Bechern. Das ist natürlich auch Eiweißquelle und möglich. Käse, Käsewürfel, die ganze Palette, auch Eiweißquelle kann halt auch verwendet werden. Zum Fett nochmal die Rückmeldung, Fett und Trockenmasse können wir im Laden nicht kaufen. Daher könnt ihr immer ab 45% Fettkäse kaufen, weil in Wirklichkeit, wenn die Trockenmasse draufsteht, essen wir immer nur die Hälfte. So, Käsewürfel, Gemüse-Sticks gehen ja mit Kräuterquark zum Beispiel. Ich kann ein bisschen Kartoffelecken machen und die zum Beispiel in den Kräuterquark und dann ein bisschen Gemüsesalat, Linsensalat zum Beispiel dazu essen. Ja, ich glaube, dann haben wir schon eine ganze Menge. Ein letztes Beispiel ist noch ein Gemüsesalat, wo ich Mais, Kidneybohnen, Erbsen mische miteinander. In der Pfanne zum Beispiel eine Möhre anbrate, die Erbsen, Mais dazugeben und dann wird ein kleiner Klecks Butter dazu. Wer mag, kann da die Kartoffel oder ein Brot zu essen und dann nochmal wieder Kräuterquark zum Beispiel. Kann auch ein Curryquark sein. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten, was wir in den Quark reinmachen können und haben damit ein bisschen Gemüseanteil, Eiweiß, die Quarkgeschichte Eiweiß und ein bisschen aus der Kartoffel zum Beispiel. Backkartoffeln jetzt in Form von Kartoffelecken mit Kräuterquark ist ja zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit und zum Beispiel ein Spiegelei dazu. So, ich hoffe, ihr habt so ein paar Beispiele, was sozusagen Eiweißquelle sein kann. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Ganz liebe Grüße, habt einen schönen Tag, eure Sandra.